ah verdammt wie kommen wir denn da rein wie kommen wir denn da rein das wird schwierig oh scheiße darf uns nicht sehen die gehen nach links so die dürfen ja noch nicht unser gesicht sehen das sollte man auch hinkriegen einfach alle umgehen genau doch schönes wetter ne ja ja Da, da, da. So, mal kurz hier rein, genau. Sorry, Leute, ich musste mich gerade wieder ein bisschen konzentrieren. Das ist ganz schön schwierig hier. Oh, Alter, wer sieht? Wer hat mich denn gerade erkannt? So, kurz nochmal die Lage checken. Der kommt da an. Der ist da hinten. Ja, ja, genau. Steht doch mal ruhig vorm Scheiß heute hier. Ne? Lass mich da nicht rein, genau. So, jetzt gehe ich einfach. Nur kannst du mich schon mal. Komm, beeil dich, beeil dich, beeil dich, beeil dich. Nein. Toll, das hat ja voll viel gebracht, ey. Nein! Nicht schon wieder. Och, das gibt's doch nicht. Alter. Mensch. Ey. Ja, 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 ich wurde getötet, toll. Weiß ich nicht. Wahrscheinlich, weil du, weil du einfach hier unten liegen gehörst. Heh. Was weiß ich. Hm, 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 hm. Ne, du. Ich weiß nicht, kann ich hier eigentlich Morphium nehmen? Hm, 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 hm. Komm, komm, komm. Wolltest du lang? Oh, dann gehen wir da lang. Leute, da wird's nicht sehen. Da ist die Alarm. Ja. Ja. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Jo, geh weg. Schnell ab in die Hütte. Ab in die Hütte. So, erstmal hier ausharmen. Oh, hier, ach toll, hier hätte ich auch durchgehen können. Wo muss ich denn da durch? Wo geht's denn rein? Hä, wer sieht mich denn? Was ist denn, da Prime? Was ist denn da? Bis zum nächsten Mal. Ja, aber wo Ich schneid's grad nicht Wo geht's denn da rein Ja, wie sagst du das Ja, wo komm ich denn da rein Allerdings ist ein Eingang Achso Okay Scheiße Scheiße, hab ich fast gesehen Mist Also hier links ist der Eingang an dem Tor Ja, toll, wie kommt man da rein, ey Ja, genau Das wollte ich auch grad sagen Komm, mach, sonst kommt der zurück Oh, shit Wo ist denn da der Eingang Irgendwo da links Okay Ach, ja Ich blind Fisch, ja So, hoffentlich ist jetzt hier keiner mehr Aber ich würd mich jetzt mal gerne umziehen Ach, Spielstand wurde gespeichert Super Genau, das wollte ich jetzt machen So So, dann würde ich mal sagen Müssen wir da durch jetzt, ne So Dann kommt jetzt erstmal wieder eine kleine Krabbelaktion Achso Ja Kommen wir ja so nicht durch So ein Mist Ja, komm Ja, da durch So Und jetzt wieder Schleichen Weil Das ist schon der erste Weil in der anderen Uniform war es uns ja nicht mehr möglich zu schleichen Das find ich ein bisschen doof Ehrlich gesagt Mal gucken, wie der geht Erstmal schön den Weg verfolgen Weil wir haben ja gelernt Dass das ganz hilfreich ist Okay, der bleibt da stehen Ist hier sonst noch einer? Ne, ne? Okay Ist hier erscheint auch jetzt so eine Art Leverinze Oder ist das nur ein normaler Garten hier? Da ist einer Oh Vorsicht Mist Ach du Scheiße Nein Ach shit Habe ich überhaupt Ja, ich weiß Habe ich überhaupt noch ein Buni Für die Pistole? Ich weiß es gar nicht Oh, jetzt bin ich wieder hier Kurz mal wechseln So Okay Jetzt müssen wir das Ganze nochmal ein bisschen vorsichtiger erledigen Denn das hat dir jetzt gerade nicht so viel gebracht Wie man gesehen hat So, jetzt gucke ich mir mal den Typen da in dem Garten auch genau an Wo der Kleine lang geht Geht er eine Runde? Oder was macht der? Jetzt schnell Dahinter schnell Soll es eigentlich nicht so sein? Ich kann nicht schießen, aber Naja Jetzt wollen wir uns erstmal deinen Freund Der hier so Der hier so Die paar Runden dreht, ne? Komm, bleib mal stehen Noch einer? Schnell den Schatten Schnell, 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 schnell Schnell Da ist aber nichts zu holen Da ist noch einer Geht er denn hin? Der geht wieder zurück Okay Okay, jetzt mal schnell hier rein Ab in den Schatten Genau So Ich hab doch hier eben noch irgendwo einen Husten gehört Weiß ich doch noch ganz genau Na ja egal Na komm, komm, komm Da hab ich jetzt nur nicht gesehen Schade, dass man die nicht mehr durchsuchen kann Um irgendwas besonderes zu kriegen Vielleicht ein bisschen Muni oder sowas Oder sonst irgendwas Oh, jetzt seh ich mich bloß Hier sieh mich Ich mach dich fertig Ach Mensch, das gibt's doch nicht, ey Du sollst Mann Sollst du den doch abstechen, ey Den Penner Thank you Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.